Leute, das ist mein Chili-Cheese-Burger. So einen Chili-Cheese-Burger habt ihr noch nie gesehen, versprochen. Wir starten direkt mit dem Teig dafür. Dafür nehme ich ein ganz klein bisschen lauwarmes Wasser, zwei Pakete Vanille, Zucker und Hefe. Das lasse ich jetzt fünf Minuten ganz klein bisschen stehen. Jetzt nehme ich Mehl, Salz, Butter, Milch, ein Ei und mein Hefegemisch vom Anfang und vermische das Ganze. Dann forme ich mir eine kleine Kugel, die ich eine Dreiviertelstunde abgedeckt gehen lasse. In der Zwischenzeit brate ich mir ein ganz klein bisschen Rinderhackfleisch, 130 Gramm, um genau zu sein. Kurz in der Pfanne an, da ballere ich ein bisschen Lone Star Beef von Pit Boss drauf. Dann sind wir mit dem Hackfleisch durch. Der Teig ist jetzt auch ready. Den rolle ich jetzt erstmal aus und teile mir den in acht gleich große Stücke. Jetzt nehme ich mir ein Stück und rolle das erstmal mit einem kleinen Nudelholz ganz, ganz dünn aus. Anschließend nehmen wir uns das angebratene Hackfleisch, wie ich eben schon mal sagte, 130 Gramm. Das ballere ich komplett da drauf. Hier habe ich voll die geile Gouda Cheesy Soße gefunden. Die ballere ich großzügig da drüber. Und dann kommen Jalapenos. Abschließend nochmal ein ganz klein bisschen Gewürz. Jetzt wird das Ganze zusammengerollt, die Ecken so hochgezogen, so ähnlich wie ein Burgerbrötchen in Form, würde ich fast sagen. Jetzt drehe ich das Ganze einmal um, packe es nochmal ins Mehl und schleife das so ein ganz klein bisschen in der Hand, wie ihr sehen könnt. Und das ist mein Chili Cheese Brötchen. Jetzt müssen wir die Dinger noch ein ganz klein bisschen bestreichen fürs Topping. Dafür brauche ich ein Eigelb und ein ganz klein bisschen Wasser. Das vermische ich jetzt ganz kurz und dann wird mein Brötchen damit eingestrichen. Wie ihr seht, habe ich auch noch ein paar andere Brötchen gemacht. Hier haben wir ein bisschen Sesam, das kommt da drüber und dann kommt das Ganze für 25 Minuten in den Backofen. 20 bis 25 Minuten ungefähr bei 200 Grad. Das ist also mein Chili Cheese Brötchen, Freunde. Ich würde sagen, ich schneide euch das dicke Ding mal an. Dann lasst uns mal zusammen reingucken. Also ich finde, es ist mega geworden. Es war sehr, sehr geil. Keine Matscherei mit dem Brötchen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr das Plus ballert. Haut rein, macht's gut. Bis dann.